Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Wars Battlefront, weil Transport so viel Spaß macht, gibt es heute nochmal den Transport, aber diesmal auf der Seite des Imperio, äh, der Rebellion, es tut mir leid, der Rebellion, es, es, das war falsch von mir. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, ich hoffe, ihr habt Spaß mit dieser Folge und ich hoffe, die Macht ist heute auch mit euch, wenn wir hier das Ding rocken, ja, ich hänge hier einfach komplett fest und wir müssen natürlich diese blöden Sturmtruppler jetzt töten, ja, kennt ihr ja? Und wer kann das besser, wer kann das, na, achso, das ist ja easygoing gewesen. So, da hinten ist ein Heldensymbol, soll ich mal versuchen, da hinzukommen? Nice. Ich würde gerne Greedo nehmen. Ach, guck mal, man kann die gar nicht auswählen, ne? Ich konnte den jetzt nicht auswählen. Okay, Mann. Hans Solo. Hans Solo! Zeig dein Können. Die Hoffnung liegt auf deinen Schultern. Geh mal weg da. Wo sind die bösen Menschen? Hat er recht. Wo sind die denn? Hm. Da, hast du gesehen? Da war einer. Hä? Genau, mach das nicht nochmal. Wiedersehen. Einmal Kopf. Ha, einmal Kopf ist cool. So, wir können jetzt hier weitergehen. Achso, da war gar noch gesperrter Bereich. Alles klar. Wo sind die denn alle? Ich finde die nicht. Oh, komm mal da oben. Ich finde es so cool, dass sie dir echt die Original-Synchro eingebaut haben. Das muss ich jetzt sagen. Denkst du, das bringt dir was? Wo will er denn hin? Das stimmt. Okay, Leute. Müsst einfach nur die Wege versperren. Die machen das. Die machen das. Ich geh mal um die Leute hier. So, abwarten. Müsst du eigentlich nur die Zugänge zustellen. Was die auch gerade hier super machen. Hi Greedo. Dort trifft man sich wieder. Ach, schießt! Ich konnte nicht schießen. Keine Ahnung. Also, ich konnte schießen, aber ich konnte nicht diese Attacken machen. Oh, wir haben leer. Guck mal. Die Ehrengarde ist bereit. Ich bin da leer. Hä? Krass, was hat denn der gemacht? I'm dead. Okay, jetzt kann ich endlich wieder mit meiner Knarre spielen. So, schau mal. Greedo. Da, 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 da. Jetzt hau ab, Greedo. Yeah. Yeah. Doch nicht. Ich dachte, ich schaff's doch, aber leider nicht. Alright. Hä? Oh. Boah. Boah. Hey, was ist das denn? Guck mal. War da gerade keine Ren? Nicht nachlassen jetzt. Wenn ihr ihn nicht beschützt, wird das Imperium den Transport zerstört. Okay. Okay. Na gut. Die Leer rechts. Und ich bin weg. Ai, 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 ai. Huiuiuiuiui. Was ein Match wieder. Aber es läuft auf jeden Fall besser für die Rebellion als zuvor. Weil wenn wir uns daran erinnern an eine der letzten Folgen. Ai, 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 ai. Da kann das Imperium, äh, die Rebellion gar nicht mehr raus. aus den Löchern gekochen. Hier ist irgendwo noch einer. Was? Wir sehen nicht. Okay, ist egal. Wir müssen es ja nur verteidigen. Ich wollte eigentlich das Truppenschild aktivieren, aber ich gehe da weg. Los! So, können wir uns ein bisschen aufladen hier alle. Okay. Umgehen, 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 umgehen. Jetzt schaffen wir es ja. Dann können wir die von hinten alle wegrotzen. Guck mal. Das ist ein guter Plan, denn da unten siehst du den? Ah, Mann, 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 Mann. Da hätte ich ein bisschen warten müssen noch. Ah, manchmal bin ich zu forsch, ey. Da würde ich da rein und alle töten. Da, 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 da. Boba Fett. Fett am Start. Da oben ist er. Da ist er doch. Boba! Ah! Oh, den haben wir richtig ein... Kann ich das geschützt? Nein, falsche Seite! Hey, was ist das denn? Warum lande ich gerade ein Raumschiff? Achso, weil das Ding jetzt abgeholt wird. Komm, bring das nach Hause. Bring das nach Hause. Es ist so nah. Komm, 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 komm. Go, 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 go. Boah, der steht auf dem Raumschiff. Der Super-Willi. Und wir haben jemanden getötet noch. Hammer. 14-6. Komm, 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 komm. Ah, ich bin immer auf der... Boba! Du hast mich getötet, aber wir werden uns wiedersehen. Mr. Jerton. Ach, Gottchen. Boa Fett geht mir langsam echt auf den Zeiger, sei ich ganz ehrlich. Guck mal, der hat echt nur noch... Der lebt echt am Limit. So, jetzt aber mal Schluss. Das war mein Ziel. Boba Fett in den Arsch zu treten. Das haben wir auch geschafft. Na, 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 na. Au! Komm, geh hoch, geh hoch. Ja, ja, nein. Der hat jetzt überlebt. Der hat jetzt überlebt. Der Super-Willi. Oh, doch, warte mal. Der ist tot. Imperator-Lache eingefügt. Alles erledigt. Putz. Boah. Es wird immer knapper hier. Ja. Hopp. Hopp. Aha. 17-10, ey. Wo? Hä? Wo? Da. Bündetar gefallen. Oh, mein Gott. Ey, die kämpfen gerade aber bis zum Schluss. Das ist ja krass. Das Ding ist so. Oh. Okay, wir haben es. Wir haben es. Wir haben es. Komm, vielleicht können wir dann noch ein paar rein splättern. So, jetzt safe in der Ding noch ab. Yeah. Geschafft. Der steht einfach da oben drauf und fällt jetzt runter. Toll. 17-11, Leute. 17-11. Gar nicht mal so schlecht. Ja, ich bin ein bisschen besser geworden jetzt. Wenn man so ein bisschen gespielt hat. Aber nicht unter den Top 3. Toll. So. Aber das gibt wieder Erfahrungspunkte und Credits. Wir brauchen unbedingt Credits, um Feuerbündeln zu holen. Um das aufzuladen. Ich glaube, es kostet 1700. Oh. Ja. 500 Credits nochmal kassiert. So, aber den einen Sold haben wir gleich. Guck mal. Nur noch 5 Schuss. Noch 5 Gegner. Dann haben wir den Projektil Werfer, glaube ich, hieß es. Haben wir dann fertig. So, was kommt denn jetzt? Fracht. Ah ja. Fracht auf der Map. Wir können mal gucken. Warte mal. Wie viele Credits haben wir gehabt? Können wir uns das Feuerbündeln? Nein. Können wir doch nicht. Okay. Nach diesem Match können wir das machen. So, so. Die Fracht. Oing, 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 oing. So, los. All right. Ach ja. Dieser Planet lädt doch ein, um Urlaub zu machen, ne? Das ist jetzt praktisch Capture the Flag für alle, die Fracht halt nicht kennen. Aber ich glaube, jeder hat schon mal ein bisschen Battlefront inzwischen gespielt. Oder die meisten von euch, die diese Videos hier schauen. Mal gucken, was wir hier reißen können. Eigentlich wäre hier ein Schild ganz gut. Wir sind auf der Seite des Imperiums. Das hatte ich noch vergessen zu sagen. Ach, von hinten. Siehste? So schnell kann es gehen. Ich weiß gar nicht. Es gab ja so viele Patches jetzt. Ich weiß ja gar nicht, was das maximale Level in Battlefront inzwischen ist. Damals war es ja 40 oder 50. 50, ne? Ja. Der Super Willi wieder. Hör mal, das ist mein Buddy. Okay. Vorsicht. Der Map Fracht spielen ist echt krass. Weil es ist halt alles offen und so. Und du kannst halt nicht einfach mal irgendwie den Sneaky Beaky Weg suchen. Nee, du bist immer im Fight. Aua. Mit unserem Shadow Trooper hier vor uns. So, jetzt haben wir mal zwei Kills gemacht. Mal, Buddy. Das habe ich auch. Weiter, 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 weiter. Komm. Egal, ob ich draufgehe. Okay. Das Gas, das Gas. Komm, komm, komm. Ja. Yes. Am Geschütz haben wir den noch geholt. Sehr gut. Okay. Steht 5, 5 noch. Können noch einiges reißen hier auf jeden Fall. Ist ja auch noch frisch hier, der ganze Laden. So, Thermal Imploader. Sehr, sehr effektiv. Okay, Freunde. Ach, ich wollte ihn gerade werfen, weil ich wusste, dass da mehrere sind. Ach, Gottchen. Ich bin nicht... Da war ich nicht drauf vorbereitet. Aber okay. Alles noch dabei, liebe Freunde. Alles noch dabei. Alles noch möglich. 5, 5 steht es. Sieben Minuten. Aber die waren wenigstens schon mal an der Frachtkiste dran. Wir sind ja da am rumpimmeln, wie sonst was. Weil wir einfach nicht gegen deren... Power ankommen. Dankeschön. So, das war doch schon mal... Statement. Mal gucken, ob wir uns da noch was freimachen können. Ja, wir haben irgendjemanden was abgezogen. Wir stehen alle an den Scheißgeschützen. Oh, ich habe irgendwo hingeschossen. Ah, schwierig. Schwieriges Kalibra. 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 Kalibra ist was zu trinken, ne? Ja, ist es nochmal. Keine Ahnung. 4, 6. Okay. Nein. Ach, Gottchen. Der hat meinen Plan kaputt. Hätte ich nicht nach links geguckt. Ah. Es steht 6 zu 4. Wir müssen da ran jetzt. Okay, die suchen sich schon andere Wege jetzt. Oh. Oh. Spitzenspiele ausgeschaltet. Na, sieh mal an. Ja, der steht die ganze Zeit an einem Scheißgeschütz. Komm her. Nein. Oh. Freunde, Freunde, Freunde. Was machen wir? Wie kommen wir da ran? Boah. Was machen die denn da mit mir? An Thermal? Wo fliege ich denn hin? Nein. Oh mein Gott. Wir sind ganz hin in der Base. Müssen wir erstmal den ganzen Weg laufen. Hm. Oh, wir kriegen Besuch. Was macht er denn da? Ein richtig mieses Gefühl. Danke, dass du uns das jetzt beteilst. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt. Okay. Muss doch einen alternativen Weg geben. Ja, die haben die Frachtkiste. Warte mal. Das ist neben uns. Alter. Keine Chance. Keine Chance. Boah. Was ist denn hier los? Wo? Aua. Krass. Hä? Okay. Kein Problem. Ah, Mann. Wir sind halt mega im Nachteil mit der Knarre, ey. Aber wir müssen diese paar Kids nochmal... Ich weiß gar nicht, ob wir die schon erfüllt haben. Wenn ich ehrlich bin. Hast du mich wundert? Es gibt echt keine Map mit einer Müllpresse, ne? Haben die echt nichts angedacht. Naja, der Todesstern soll ja kommen. Da sollen ja auch Space Battles kommen. Ich hoffe, ey. So. Komm, wir versuchen es jetzt. Hintenrum. Trick 17. Nein. Lass mich. Oh, das gibt's doch gar nicht. Pech. Und dann sterbe ich und lasse noch einen fahren. So, pass auf. Ach, mein Gott. Wir kriegen dieses Ding nicht. Wir kriegen es nicht. Wir kriegen es so nicht hin. Noch zweieinhalb... Ja, zweieinhalb Minuten. Oh mein Gott. Der Typ, also ohne Witz, der hat eine Reaktion. Wie kann es weiter? Meine Waffen brauchen natürlich auch ein bisschen länger zu schießen. Kann ich bei dem spawnen, oder? Ah, ich spawnen aber mal selber. Okay, wir sind in der Base. Die brauchen natürlich jetzt gar nicht mehr den Finger krumm machen. Ach, hier ist eine Müllpresse. Zumindest so eine Andeutung. Ähm, die brauchen jetzt gar nicht mehr den Finger krumm machen, weil die haben das Ding ja sowieso, wenn die das jetzt halten... Hier können wir... Warum können wir ja nicht? Ist eigentlich ein Weg, aber es geht nicht. Ähm, genau. Deswegen müssen wir jetzt mal schauen. Was machen wir? Wir haben noch... Ja, zwei Minuten. Ich sehe, ehrlich gesagt... Schwarz dafür, dass wir das packen. Weil die jetzt halt besser abriegeln, als wir. Nein! Nein! Ach, komm! 9,17, ey. Ich renne auch immer wieder rein. Ich versuche jetzt noch diese Scheiße da zu kriegen. Meine anderen Teammates ja nicht. Jetzt gehe ich wieder hier lang. Komm, weiter. Er ist schon wieder. Er ist schon wieder. Irgendwann ist auch mal gut. Erzfeind war das sogar. Guck mal an. So, eine Minute. Eine Minute, um den Punkt zu holen und zurückzubringen. Weiter, weiter, weiter. Hat mich nicht gesehen, Gott sei Dank. Oh, warte mal. Na, komm! Nimm! Ja, wie soll ich das denn machen? Ich war der Einzige, der das wenigstens versucht hat. Oh, Mann. Wie spannend. Noch am Schluss. Noch am Schluss versucht, die Kiste zu retten. Ei, 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 ei. Krass, 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 krass. Schade. Gut gefightet. Am Schluss. Ja, hat das gegnerische Team leider gewonnen. Ach, ärgerlich. Aber, ja, 12, 18 ist jetzt auch keine Glanztat hier bei Battlefront. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Episode mal wieder, ne? Und, äh, mir hat's auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und, äh, wir erreichen ja bald die hundertste Folge von Star Wars Battlefront. Stell dir das mal vor, 100 Episoden von diesem Let's Play, wieso nur zwei? Äh? Okay. Ähm, und in der nächsten Episode können wir nämlich, äh, das Feuerbündel machen. Ich bin jetzt mal gespannt, ob wir nämlich unsere Aufgabe erfüllt haben. Mal gucken. Ja, 408 Credits dürfte reichen. Okay, 40, 40. Okay. Äh, dann müssen wir noch 20 Mal Feuerbündel machen. Dann haben wir nämlich das, äh, Gewehr da freigeschaltet. Und wir sehen uns dann wieder, wie gesagt, in der nächsten Episode von Battlefront. Mach's gut. Tschüss.